Guten Tag, ja. Guten Tag. Wie geht das Spiel mit den Junglöwen aus? Heute ist deine Tendenz. Positiv. Ich bin zwar ein bisschen nervös, aber wird es gut werden. Wie viel? Ergebnis? Ergebnis? In Zahlen kann ich es nicht ausdrücken, aber 2 plus würde ich sagen. Pini, wie hoch gewinnen die Junglöwen? 28,25 werden wir siegen. Deutlicher Sieg? Ja, deutlicher Sieg. Super. Wie geht das Spiel aus? Wie geht es aus? Sieg? Sieg? Ja, sag ich. Frank, wie hoch gewinnen die Junglöwen? Ich bin sehr zuversichtlich. Ich denke mit plus 4. Das ist mein Wunsch. Plus 4. Wie geht das Spiel aus? Sieg für uns. Deutlich? Deutlich. Was ist die Tendenz zum Spiel? Sieg? Sieg, Heimsieg, 29, 26. 34, 26. Wie geht das Spiel aus? Gut für uns. Gut wie viel? Gewonnen. 5 Tore für uns. Wie viel? Mit 6 Toren. 31, 25. Wie geht das Spiel aus heute? Wir gewinnen auf jeden Fall mit 5 Toren. Wie geht das Spiel aus heute? Was denkst du? Ich weiß nicht. Wir gewinnen mit 3. Was sagst du? Wir gewinnen mit einem Tor. Wie geht das Spiel aus? Was denkst du? 4 Tore für uns. Deutlich? Ja, hoffe ich, dass Potsdam brauchen wir. Wie geht das Spiel aus? Wie geht das Spiel aus? Auf jeden Fall ein Sieg für die Löwen. Ich würde sagen 27, 24 mindestens. Wie geht das Spiel aus? Komm, zeig was. Wie geht das Spiel aus heute? Keine Ahnung. Ich hoffe mit einem Sieg. Also mit 4, 5 Tore gewinnen. Was glaubst du dir? Wie geht das Spiel aus heute? Sechs, sieg, sieg, sieg? Nein, nein, natürlich nicht. Auch nicht. 26, 25 in der letzten Minute. Ja, ich sag ich. Ja, ich sag es. 30, 26. 27, 26. 27, 25. Ganz klare Sache hier. Ja, ich sag ich. Ja, ich gebe ihnen mit 33 zu 29. Sicher? Ja, 100%ig sicher. Da haben wir Vertrauen in die Jungs. Wie ist das Spiel aus heute? Was denkst du? Wie geht es aus? Ich hoffe, dass wird es weht. Was machst du? Mit 4. Wie ist das Spiel aus? 29, 28 für die SG. Für die SG. Ganz knapp. Ganz knappes Ergebnis. Jürgen, wie geht das Spiel aus heute? Wir gewinnen hoch. Mit 5 Toren. Wie geht das Spiel aus? 27, 23 für uns. Sicher? Ja. Wie geht das Spiel aus? Oh, das ist schwierig. Wie gewinnen, ist das wichtig? Ganz wichtig für uns, wir gewinnen heute. Wie spielt heute aus? Zu Gunsten der Rhein-Neckar-Löwen, aber wie weiß ich es nicht. Eigentlich nicht. So ungefähr. So ungefähr. 5 Toren, 10 Toren, 15 Toren. Sie gewinnen mit 3. Wie geht das Spiel aus heute? Ein Sieg für Rhein-Neckar-Löwen. Wie hoch? Mit 2 vor. Mit mehr. Ja. Ich könnte nur 2. Wie geht das Spiel aus? Ich hoffe, dass es knapp für, oder auf jeden Fall mal für Donau ausgeht. Weil in Flensburg wird es mit Sicherheit eine schwere Kiste. Was denkst du? Wir gewinnen, ganz klar, mit 2 Toren vor. Nicht mehr? Nein, mehr nicht. Mit einem Tor für die Löwen. Wie viel? Ein Tor? Nicht mehr? Nicht mehr. Wird schwer. Was denkst du? Klarer Sieg. Plus 12. Plus 12. Wie geht das Spiel aus? Was denkst du? Ich denke, wir gewinnen mit 2. Mit mehr? Das wird schwer, glaube ich. 3 vielleicht. Wie geht das Spiel aus? Ich glaube, es hat eine ganz enge Kiste. Und ich schätze 22-20 für die Löwen. Zu wenig Toren. Plus 4 für uns. Plus 4, nicht mehr. Das reicht fürs Rückspiel. 6. Plus 6, das sind nicht so viele Personen. Gut, super, cool. Nein, noch nicht. Wie geht es denn aus? Was denkst du? Also ich bitte natürlich. Wie viele? Mindestens 2 Tore. Was denkst du? Ich weiß nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass... 2, 3 Tore gewinnen. 2, 3 Tore gewinnen. Ich hoffe zumindest. Okay. Wir müssen natürlich gewinnen. Wir müssen uns 5 Tore. Bei mir und du? Was denkst du? Ich denke auch, dass die gewinnen. Aber es wird doch schwer. Was denkst du? Wie geht das Spiel aus? Was? Nicht wieder mit der Giscamp oder sowas. Oder sowas, gell? Nein, die gewinnen. Und die gewinnen. Was denkst du dir aus? Okay. Wie geht das Spiel aus? Was denkst du? Klarer Sieg. Wie klarer Sieg? Mit 3 für uns. Mit 3 für uns. Mit 3 für uns. Ich denkst du, wie geht es aus? Das wird aber nicht veröffentlicht, oder? Nee. Das wird aber nicht veröffentlicht hier, oder? Bei dir? 2 Punkte. 2 Punkte. Wie geht das Spiel heute aus? Das Spiel wird 35 zu 32 für die Löwen ausgehen. Nur 3 Tore? Wir können gerne auch mehr Tore machen, aber das würde dann am Ende keinen Sinn machen, oder?